BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Ich würde sagen, das Spiel in Mainz war ganz geil, weil du als Ex-Mainzer immer warmherzig begrüßt wirst und die Zuschauer einfach genial sind. Ich glaube, es gibt wenige Stadien, in denen der Gegner nicht ausgefilfen wird bei der Mannschaftsaufstellung und die trotzdem Applaus von den gegnerischen Zuschauern ernten. Das ist in Mainz immer etwas ganz Besonderes für mich und deshalb freue ich mich immer auf die Spiele da und war jetzt echt froh, dass ich da dabei sein durfte. Das ist in Mainz immer etwas Besonderes für mich.